Herzlich willkommen zu dein bester Vergleich. Heute wollen wir drei verschiedene Modelle von Dieselheizungen aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der Heizungen bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Als erstes und günstigstes Modell haben wir die Vivo Luft Dieselheizung. Mit der präzisen, geräuscharmen Kraftstoffpumpe der Vivo Dieselheizung verbrauchst du weniger als ein Gallone Kraftstoff pro Nacht. Mit einem beeindruckenden 5-Liter-Kraftstofftank kann dieser Diesel-Luftherhitzer bis zu 8 Stunden ununterbrochen Wärme liefern. Das spart nicht nur Geld, sondern minimiert auch die Energieverschwendung. Du hast die volle Kontrolle über dein Heizerlebnis. Mit einer Fernbedienung, die eine Reichweite von etwa 10 Metern hat und ein LCD-Display für einfache Bedienung bietet, kannst du dein Fahrzeug von außen vorheizen, den Innenraum warm halten und sogar den Motor vorwärmen, um kalte Morgen zu vermeiden. Das große LCD-Display zeigt dir den Status deiner Heizung klar und übersichtlich. Egal, ob du in großen Höhen oder BI-extremen Temperaturen unterwegs bist, diese tragbare Dieselheizung mit 8 Kilowatt Leistung sorgt überall für konstante Wärme. Sie funktioniert problemlos in Umgebungen unter 3000 Metern Höhe. Dieselheizung ist mit einem Hochsicherheitssystem ausgestattet, das dir ein sorgenfreies Erlebnis in verschiedenen Umgebungen wie Autos, Wohnmobilen, Booten und Innenräumen ermöglicht. Es bietet eine konstante Temperaturregelung, Timer-Funktion, Sprachübertragung und Überhitzungsschutz bei über 270 Grad Celsius für eine sichere und komfortable Nutzung die ganze Nacht über. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du die Dieselheizung auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir die Anbull Diesel Standheizung. Eine der besten Eigenschaften dieses Produkts ist die einfache Installation. Du musst kein Heizungsexperte sein, um sie zu montieren. Außerdem kann sie nicht nur als Standheizung verwendet werden, sondern auch zur Fensterglasabtauung. Das macht sie perfekt für kalte Wintermorgen, wenn du nicht mehr stundenlang kratzen willst. Aber das ist noch nicht alles. Du kannst sie auch für die Wärmedämmung von Kabinen, Studios und Kabinen verwenden. Diese Anbull Standheizung ist wirklich vielseitig. Das Kit enthält zwei lange Luftauslassrohre, die du nach Bedarf in vier kürzere Rohre schneiden kannst. Das macht den Transport noch bequemer und sorgt dafür, dass du die Heizung genau dort platzieren kannst, wo du sie brauchst. Aber das Beste kommt noch. Die Fernbedienung. Mit der mitgelieferten Fernbedienung kannst du diese Diesellufterhitzer aus einer Entfernung von bis zu 80 Metern steuern. Das macht die Steuerung kinderleicht und unglaublich bequem. Die neu hinzugefügte Festerhalterung sorgt dafür, dass das Lüfterad stabiler läuft und reduziert gleichzeitig lästige Geräusche. Kein lästiges Klappern mehr. Alle weiteren Infos zu diesem Gerät kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, die LF Bros Diesel Standheizung, vorstellen. Diese Standheizung ist ein echter Gamechanger. Sie passt sich perfekt an verschiedene Spannungen an und kann mit einem Netzteil an eine Haushaltsspannung von 220 Volt angeschlossen werden. Mit dem aufgerüsteten T3-LCD-Display können Sie die Heizzeit planen und genau dann starten, wenn Sie es möchten. Vergessen Sie das morgendliche Eiskratzen oder das stundenlange Warmlaufen lassen Ihres Autos. Mit diesem Schätzchen können Sie sich entspannt zurücklehnen und den Frost aus Ihren Fenstern verschwinden lassen. Und der LF Bros. Diesel-Lufterhitzer ist nicht nur für Autos geeignet. Er kann in Wohnmobilen, Wohnwagen, Zelten, Schiffen und anderen Fahrzeugen eingesetzt werden. Das bedeutet, dass Sie sich überall und jederzeit auf Wärme verlassen können, ohne den Motor Ihres Fahrzeugs übermäßig zu belasten. Das spart nicht nur Energie, sondern macht das Heizen auch bequemer und einfacher. Das moderne und minimalistische Metallschalen-Design der LF Bros. Dieselheizung fügt auch eine Prise Stil in Ihr Leben ein. Und wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, können Sie sich auf einen freundlichen Kundenservice verlassen. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten Dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls Du immer up-to-date bleiben willst, kannst Du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit Deiner neuen Dieselheizung.